Willkommen zurück zu Let's Play Sonic Heroes. Okay, ich musste gerade nachdenken, was wir spielen. Aber ja. Ja, es kann sein, dass ich mich etwas erkältet habe. Und deswegen werde ich es trotzdem mal versuchen. Und wenn es nicht geht, dann mache ich den Part trotzdem noch zu Ende. Und dann gibt es halt den nächsten Tag keine Let's Plays. Und wenn es trotzdem weitergeht und ich mich noch nicht noch stärker erkälte, dann ist es gut so. Wow. Okay, dann schauen wir mal. Wir sind hier schon mit Cream auf Level 3 direkt. Nochmal 10 Ringe. Also hier sind ja kaum Gegner. Ach, da ist ein Roboter. Jetzt auf einmal. Gut, da gibt es aber noch was. Das dürfen wir auf keinen Fall verpassen. Och, war sogar ein Schlüssel. Nicht wirklich schwierig versteckt. Okay. Weißt du was? Ich nehme einfach Big. So, und nicht mit einem von den beiden oder egal. Äh, ja, das war eine Verarsche. Gut, dann machen wir das nochmal. Okay, das war wirklich eine Verarsche. Kamera spinnt gerade auch wieder. Ach, wir sind schon wieder mit Level 3 auf der... mit der... Ich nehme hier mal trotzdem mit dem Schlüssel mit. Hier ist die Seite mit dem Schlüssel. Er macht seinen Bauchklatscher drauf, da. Was frisst der eigentlich? Der frisst Eggman auf. Hm, lecker Eggman. Ah, du bist so schlau. Ich wollte da zwar gar nicht durch, aber... Wenn ich da unbedingt durch soll, wieso nicht? Die Luftballons sind total in diesen Ringen plattet. Oh Gott. Das ist ja nicht wirklich schwer. Hä? Okay. Ah, jetzt hat's geklappt. Da unten muss ich nicht wirklich nochmal lang. Okay, den Schlüssel. Den können wir auch so besiegen, oder? Nee, gar nicht. Ja, Big, mach deinen Bauchklatscher drauf. So, die ist ein Level-Up. So, jetzt werden wir hier erstmal noch diese Platte abschießen. Oh, das gab, glaube ich, sogar Z. Oder hatten wir gerade zufällig Z? Nee, weil dieses Team-Glas-Zeichen da war. Oh Gott, Leute. Ihr wollt mich doch nicht wirklich verarschen. Oh Gott. Wie einfach ist das denn? Jeder ein Level-Up nochmal. Komm, Big ist jetzt auch Level 3. Nur noch, äh, Amy auf Level 3 bringen. Tja, ich brauch den Nuffballon jetzt nicht. Obwohl, ich hätte ihn schon gern. Warum trifft man den nicht? Sehr merkwürdig. Boah, 20 Ringen direkt. Ein extra Leben direkt. Steigert sich's noch? Okay, dann sind wir halt runtergeflogen. So, dann geht's hier weiter. Also das. Achso, ich weiß was. Ach, hier ist das Ziel. Der Ziel. Ring. Oh no. Das wäre eine Verarsche. Braucht nur noch einen Ring. Einen Ring für 100. Komm. Da geht doch noch was. Einen Ring. Einen. Einen. Geil. Ja. Okay, das ist alles, was ich haben wollte. Hä? Was? Okay. Oh Gott. Da sieht man schon den Aufzug. Das ist wahrscheinlich das nächste Level. Arank. Was auch sonst. Jetzt kommt noch ein Bonus-Level, oder? 25 haben wir jetzt. Das mag der Herausforderung. Das ist jetzt wichtig. Und da sehe ich mal, ob ich das schaffe. Eigentlich sollte es kein Problem sein. Um wirklich zu sein. Da hinten ist er nämlich schon. Und wir haben ihn gleich. Ja, könnten wir es schaffen. Oder? Ja, das ist wieder etwas im Vorsprung, aber... Komm! Ich sehe dich. Ich hab dich gleich. Hoffentlich doch. Nein! Komm, 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 komm. Nein! Oh, nee. Schon fatal. Aber jetzt. Mein Gott, hier kriegt man ja mehr als genug. Ja, wir kriegen ihn. Und da haben wir ihn. Ja! Geschafft. Die nächsten werden natürlich noch schwieriger. Das war erst der zweite. Und wir kriegen sogar drei extra Leben dazu. Gut. Hab ich dich, mein liebster Sonic! Amy, was machst du hier? Sonic, diesmal kommst du... ...eine Heirat mit mir nicht. Oh yeah, Sonic! Ich will nicht wissen, was die ist, die mit dem Sonic machen will. Sie ist nicht Zeit, um spielen zu spielen. Sie will ja auch ein Spiel, oder? Was will sie denn? So, jetzt müsste das Team eigentlich gleich tot sein. Oh, wir haben dir das Ding geschafft. Tails, komm, du Tails! Du stirbst gleich. Ich level den hier nochmal... Wow, Tails! Ist der jetzt gleich mal tot? Ähm, Tails? Ich mach' einen Neustart. Der ist irgendwie nicht gestorben. Der hat einen Cheat angehaft. Oh, jetzt ging's aber schnell. Where are you? Where are you, Froggy? Wie schnell war das? 13 Sekunden. Ja, Weltrekord. Arank. Super. Also, ja, du mit deinem Froggy. Und am Ende frisst du ihn auf. Fetter Kater, ey. Casino Park. Spiele an den riesigen Flipper-Tischen. Wieso kämpft man dann eigentlich gegen Team Sonic, wenn Amy doch in den verknallt ist? Sie bringt ihn ja um. Ah, ich kann es kaum glauben, dass du das tat. Nur um zu entkommen. Mr. Sonic muss wirklich... Wirklich was? Ah, ähm, nichts. Haha. Jetzt weiß ich, was ich tun muss. Eggman finden und dann finde ich meinen Sonic. Seid ihr bereut? Wir sind bereit. Look at all those mirrors on the side. Okay. So, hat sogar... ...bis hier geklappt, heh. Ähm, den Schlüssel kann man wieder mal nicht übersehen. Den Schalter aber auch nicht. Komm! Rein, Bauch, Klatscher! Oh! Oh! Wir können uns steuern. Das konnten wir schon irgendwie den ganzen Tag, oder? Komm, wir wollen in den Flipper-Automat. Ähm, ja, okay. So, dann werden wir erstmal aus dem... Äh, ersten Flipper-Bereich raus. Noch einen anderen Schlüssel, irgendwie Doppelschlüssel. Egal. Das ist ja auch nicht wirklich schwierig. Einmal rum. Alles sagt, mir ist schwindelig. Nur Big the Cat. Das fühlt sich voll geil an, ne? Ja, klar. Gerade die Dicke, die muss auch eher schlecht werden. Komm hoch. Da... Ah, Big, du kommst da kaum hoch. Gab's hier nicht irgendeinen Glitch? Also, dass man hier, wenn man... ...die rein schießt, ganz viele Ringe bekommt, immer. Komm da, ich will da wie hoch. ...egal, dann... Okay, das brachte auf jeden Fall eine Menge. 40 Ringe. Die war schonmal tot. Und jetzt will ich aber hier aus dem Bereich raus. Ich cheate mich ja mal ein bisschen durch. Ach, und da wurde... Als er auf die Spirale kommt, wurde Amy wiederbelebens. Nicht schlecht. Lass mal dein Gestill, bitte. Wieder aussah. Ja, du kannst später mit deinem Stock spielen. Oh, da war schon das Ziel. Okay. Level up, level up, level up. Okay, und Ziel. Wenn das kein Arank war, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Mal schon. Arank, juhu. Boah, halt dein Maul. Super, super happy. Happy Meal von Meckis oder was will der haben. Oh, mein Gott. Bonus-Herausbildung brauchen wir im Prinzip nicht, weil wir mit dem Team fast, also so gut wie gar nicht sterben. Oh, na gut. Wieso auch nicht? Am besten erstmal nur abfeuern. Später können wir immer noch mehr sammeln. Erstmal geht es nur um die Geschwindigkeit, am Ende geht es nur wirklich um die Luftballons. Okay. Oh Gott, wir haben den Krisenhafen jetzt vergessen. Okay, das war klar. Da musste man schon fast durch. So, jetzt heißt es wieder einsammeln. Oh, die ist auch so lahm. Nicht lieber die hier. Ich brauche nochmal Luftballons für den Schloss. Oh, das habe ich jetzt verpasst. Macht nichts. Boah, ist halt das so sinnlos. Oh Gott. Die Zeit wird knapp. Hä, wieso ist Big tot? Der ist doch noch hier. Okay, dann sind wir jetzt im Ziel. Und hoffen mal auf viel Bonus. Zwei. Na gut. Hat nur zwei Luftballons. So, ich habe noch keinen Bock aufzuhören, deswegen spiele ich noch weiter. Probiere die Bingo-Rutsche aus. Ach, das Level lieb ich. Oh, Mist, wir haben schon was verpasst. Aber hier sind wir richtig. Also das Level hier ist so level-liebiger wie dieses hier. Flipper-Automorat. Da kriegt man erstens viele Ringe, zweitens... Man kann nicht wirklich sterben. Und tut uns... Jo, geht es einigermaßen schnell. Hm, kann ich hier drauf? Ja, bringt mir ja nur wenig. Es sei denn, Big müsste eigentlich diese Scheibe zerstören können. Aber egal. Homme steht da fliegen. Hm, okay. Okay, der Schlüssel beim Sonic Team war aber auch dahinter, oder? Den Schlüssel, den Schlüssel, da es am Ende dann wahrscheinlich einen Bonus gibt. Also ein Bonus-Level mit einer Smaragd-Ausforderung. Hier geht's. Hier geht's. Hier geht's. Hier geht's. Wow, was hab ich gemacht? Okay, ja, ist sehr gefährlich. Das weiß ich selber. Äh, 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 wie greift die an? So, dich tötet ich. Hier geht's hoch. Jetzt kommen wir, glaube ich, in diese Superrutsche. Oder? Nee, die meinte ich nicht, aber... Ups. Äh, ja, ich bin immer bereit. Nein, ich wollte in die Mitte. Okay. Haben wir noch abbekommen. So, okay, es geht weiter. Wow, 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 wow. Komm. Hoch mit dir, du fetter Ball. Ich will auch kein Pinball sein an deiner Stelle. Oh mein Gott. Mach hin, ne Big. Hm, was hat der? Ah, Mann. Da. Gar nicht. Doch, du bist dick. Gar nicht. Gar nicht, doch, du bist dick. Gar nicht. Gar nicht. Ja, sag ich doch, der sagt immer gar nicht. Gar nicht, gar nicht. Kommt man hier auch irgendwann nochmal weg? Man kann hier noch nicht mal zwischen den Spielern wechseln, weil die anderen tot sind. Ich glaube, man kommt automatisch auf die andere Seite. Oh mein Gott. Ich hab keinen Bock mehr. Kommt man hier irgendwann auch mal wieder weg? Also mit so einer fetten Kugel. Komm, komm, komm. Oh Mann. Das Spiel hasst du mich gerade. Oder ich hasse das Spiel eher gerade. Und komm. Ah, er hat es endlich mal überlebt. Dann setzen wir einfach Z ein. Dann können wir jetzt auch bald mal das Ziel. Ach, hier ist nochmal ein Schlüssel. Yo. Ach, jetzt sind wir hier bei dieser. Super Stelle. So, haben wir alles bekommen. Dann geht's hier wieder hoch. Oh, 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 oh. Okay, aber so geht's einfach, ha? Weg. Also dafür, dass Beek so dick ist, kann er ganz schön schnell laufen. So. So, jetzt sind wir mit allen auf Level 3. Hoffe ich doch. So, jetzt können wir nochmal Bingo spielen. So. Was, 200 Ringe? Nein. Oh, wir haben gewechselt. Geil. Und nochmal Bingo. Oder nee? Wieso nee? Nicht. Okay, jetzt haben wir wieder über 300 Ringe. Sollten wir aber auch bald ins Ziel kommen. Zieh nicht irgendwo das Ziel? Dort oben sieht's mir nicht danach aus. Obwohl. Hm, hm. Ich lass mich mal fallen. Das war sowieso besser. Oh, 20 Ringe. Okay, jetzt müssen wir hier drauf pinken. So, und ins Ziel. Und 336 Ringe. Und den Schlüssel, glaube ich. Wenn ich mich nicht irre. Oh Gott, was haben die für eine Piepselstimme. 27 Stück haben wir jetzt. Jetzt machen wir aber noch die Smaragd-Herausforderung. Genau. Und ich hoffe mal, dass ich das schaffe. Den gelben. Hier gibt's ja gar keine Luftballons. Ach, hier kommen wir. Ich bin noch nicht mehr. Ich bin hier genug. Ich bin hier weiter weg. Ich bin hier weiter. Ich bin hier wieder weg. Ich bin hier wieder weg! verpasst, weil wir oben waren. Den krieg ich noch. Wow! So schnell konnte man gar nicht lenken. Och, Leute. Ähm. Jetzt ist ja mal wieder Luftballons. Mist. Das ist auch mies. Hier kann man gar nicht losrasen. Warum gehen die denn immer an die Seite? Oh, Mann. Wir werden verlieren. Oder? Es sei denn, wir sind zu verschnell jetzt. Komm, 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 komm. Ah, Mist. Schade. Und der Controller vibriert wieder. Ähm. Wo kommen wir denn jetzt hin? Ach, zum Bosskampf. Ja, schon wieder, Dr. Eggman! Ja, wieder. Es ist nach eurer Schlafenzeit, Knall. Nun, um euch zuzudecken. Holt sie euch! Robot-Kernler. Hört sich wieder witzig an und da geht's auch dann im nächsten Part weiter. Hört sich wieder.